Was ist das? Hi Leute, hier sind Carl, ihr hört What's Metal! Gut, wir sind in Obermarchtal, im Kreuz zum ersten Mal weit weg von Niedersachsen und haben uns heute hier am Tisch versammelt mit dem obskuren Outfit namens Carl. Habt's gerade schon gehört. Unsere Hörer haben euch ja noch nicht gehört. Was können die von euch erwarten? Wie würdet ihr euch beschreiben? Black Metal. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Black Metal. Okay, versuchen wir die Antworten noch ein bisschen mehr in die Länge zu ziehen. Vielleicht kann ich ja auch was dazu sagen. Also ich finde euren Black Metal nicht aus der Standardschublade zumindest. Hast du reingehört? Wir interviewen nur Bands, die wir scheiße finden. Nein, natürlich. Ich habe das Album natürlich gehört. Also das richtet sich jetzt nicht nach meinem Fragenzettel. Aber ich kann ja mal eben kurz selber nachdenken. Also Schlagworte, die mir zu eurer Musik einfallen, sind vor allem Kontraste. Abwechslungsreichtum. Und weil du mich gefragt hast, habe ich das Album gehört? Ja, ich habe das Album gehört. Und ich war drauf und dran, es nach zwei, drei Minuten auszumachen. Tatsächlich. Weil ich dachte, okay, das was da jetzt gespielt wird am Anfang, ja, erster Song. Ja, Tage der Nacht Teil 1. Alles klar, ich habe das jetzt verstanden, was da gerade läuft. So nach zwei, drei Minuten dachte ich, ja, okay, der Drops ist gelutscht. Ich verstehe das. Aber weißt du was, jetzt frage ich dich was. Weißt du, was mich daran gehindert hat, es auszumachen? Ich bin ja nicht in deinem Kopf, natürlich weiß ich es nicht. Das war der Bass. Ja, ich dachte, was ist das für eine Bassgitarre? Ja, ich hörte irgendwie, der Bass, der macht da irgendwie ein bisschen was, wo ich da dachte, oh, da werde ich jetzt neugierig. Und dann so nach knapp vier Minuten, dann hast du halt so, ja, dass sich das Ganze so ein bisschen auflöst und andere Strukturen bekommt. Und dann habe ich das Album halt auch wirklich komplett gehört und mehrfach natürlich, ja. Ja, so das ist jetzt mein langer Kommentar darüber oder dazu, warum ich eure Musik gut finde und ob ich das Album gehört habe. Ja, so den Einstieg in die Scheibe, kannst du das nachvollziehen, was ich da so erzählt habe? Also nachvollziehen kann ich es tatsächlich, hätte ich es als Zuhörer wahrscheinlich so nicht gesehen. Du gehst da schon in ein krasses Detail, was Songwriting angeht, was bei uns ja so ist, dass wir eine Gitarre haben. Und wenn du schöne Dinge mit der Gitarre machen willst, brauchst du meistens eine zweite, dass du zweistimmige Sachen machen kannst. Haben wir hier nicht. Also man muss hier eher das mit dem Bass machen. Und deswegen klingt es, wie es klingt. Von dem her kann ich es nachvollziehen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich die Platte nicht geschrieben hätte oder wir sie nicht geschrieben hätten und wir würden sie gut finden, wäre wahrscheinlich das nicht der Grund, weil ich sage, oh, deswegen habe ich es nicht ausgeschalten. Aber ich kann es nachvollziehen. Das sind halt die ersten paar Minuten. Ich habe das jetzt auch nicht gesagt, weil du mir als Basser gegenüber sitzt. Ich wusste ja nicht mal, dass du der Basser bist, aber du bist wahrscheinlich der Größte und Stärkste in der Band und hast auch den längsten Arm. Insofern weiß ich nicht, ob ich hier sicher sitze, wenn du ausholst. Ja, aber was hast du für so einen Ansatz zum Bassspiel, gerade im Black Metal? Ja, halt Grundprofil legen, das relativ massive Grundstruktur gibt und wir halt ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass der Bass vielleicht doch nicht auch nur Grundtöne spielt. Der andere Punkt, den ich genannt habe, dass die Musik auch von Kontrasten lebt, das sind so, jetzt nicht notwendigerweise laut-leise, sondern eher so Anspannung-Entspannung, würde ich sagen. Von wem kommt das im Songwriting? Das ergibt sich. Es ergibt sich natürlich im Proberaum beim Songwriting. Meistens schleife ich eine Idee an, mache auch die Texte dann drauf. Wir spielen ein paar Takes, ein bisschen was im Endlosen, dann wird es gut oder schlecht und dann wird es kommuniziert. Dann machen wir hier nochmal Halftime, machen wir ein Blastbeat, gucken wir, wie das mit dem Gesang funktioniert, machen wir eine Pause an der Stelle und dann passiert es von alleine. Aber die ganze Geschichte ist schon absichtlich so gestaltet, dass du Höhen und Tiefen hast. Es gibt so viel guten Black Metal, aber wie du sagst, du legst ein und nach 20 Sekunden weißt, was du gekauft hast. Und so bleibt es bis zum Schluss und das ist geil und alles cool. Wir haben es absichtlich abwechslungsreich gestaltet, unruhiger. Muss einem gefallen, klar. Ich habe mich mit euch beschäftigt, weil ich wusste, dass ihr heute hier spielt und man will natürlich wissen, was sind das für Bands. Das habe ich natürlich im Vorfeld reingehört, habe dann aber festgestellt, dass es über euch eigentlich kaum was zu erfahren gibt. Dann habe ich online noch so ein bisschen rumgestöbert und angeblich habt ihr das Album aufgenommen, nur in 50 Kopien am Anfang verkauft oder was. Ist das tatsächlich so? Für wen macht ihr denn die Musik? Soll man das nicht hören? Doch, auf jeden Fall. Aber es darf ja auch ein bisschen mysteriös alles bleiben. Also es soll ja kein Konsumgut sein. Es soll ja ein bisschen was Besonderes sein. Ihr habt ja vorher, glaube ich, auch schon mal live gespielt, oder? Dadurch, dass ihr euch so ein bisschen rar macht oder obskurer macht, denkt ihr, dass ihr dadurch ein anderes Publikum anzieht als andere Bands? Also ich glaube, das ist uns scheißegal. Es ist passiert, wie es passiert ist. Der erste Auftritt, klar, den wollte man natürlich, den haben wir auch. Das war ein Heimspiel. Heute ist es auch ein Heimspiel. Wir spielen nur zu Hause. Es hat sich tatsächlich einfach nicht ergeben. Natürlich gab es Gelegenheiten, aber es war immer irgendwas. Dann war es ein großes CC halt irgendwann. Ganz sicher ist kein Publicity-Gag, sich rar zu machen. Das war ganz sicher nicht die Absicht. Und die Story mit den 50 Kopien, keine Ahnung, wo das geleakt wurde. Da ging beim Presswerk was schief. Und deswegen, da sagt sie, komm, mach es bei einer deutschen Firma, bei der Hofer, liebe Zuhörer, bei der Hofer. Entschuldigung, liebe Hofer. Wir haben nicht gestritten, aber es sind halt einfach, ich war schon 50 CDs gekommen. Das fand es spannend. Die Bucklets waren richtig, die Hüllen waren richtig, nur drin war ein Hip-Hop-Album. Das konnte man eigentlich am ersten Abend nicht verkaufen. Das stimmt, das habe ich glaube ich nicht. Ich habe keins behalten, ich weiß nicht, wie die Mucke war. Gut, ja, das Album heißt Tage der Nacht. Den Song gibt es zweimal, oder es gibt zwei Teile, Tage der Nacht eins und zwei. Das ist für mich immer schon so ein bisschen, also wenn ich das jetzt auch im Verlauf der Songs auf der Scheibe sehe, schon fast sowas wie Anfang der A-Seite, Anfang der B-Seite oder so. Habt ihr das bewusst so gelegt in der Sequenz der Songs? Ja, es ist alles Absicht tatsächlich, es ist nicht zufällig passiert und ich möchte auch gar nichts dazu sagen, es müsste ja rös bleiben sein, nee. Das erste Album ist, es ist sehr persönlich auch geschrieben. Da geht es nicht um irgendwelchen abstrakten, nihilistischen Welten-Schmerz, sondern es ist wirklich persönlich, hat auch mit unserer Vorgeschichte zu tun, die wir aber nicht breittreten jetzt. Und natürlich gibt es auch einen Augenzwinkel in Richtung nächstes Album, klaro, also Absicht. Okay, dann habe ich heute, als ich auf dem Sofa saß, um mir meinen Spickzettel zu schreiben, noch gesehen, dass ihr so eine Art Teaser oder Vorankündigung fürs Album gemacht habt auf YouTube, so einen kleinen Clip, da wird sich an den Kopf gefasst. Ja, ich weiß, ich kann es ja gleich was zu sagen, aber im Prinzip, also die Hörer haben es natürlich jetzt nicht gesehen, aber so ein Zusammenschnitt schon, ja, so sind Explosionen oder Bombeneinschläge, soziale Unruhen, Gewalt auf den Straßen, brennende Häuser, Ruinen. Wie steht das im Zusammenhang mit der Band und dem Inhalt des Albums? Wut, um Wut dreht sich alles, immer. Wut und Hass. Es gibt, ich hole die wieder aus und klinge ein bisschen ab und gebe eigentlich gar nicht wirklich die Antwort auf die Frage, aber es gibt ja so viele Parallelen zwischen, und ich hoffe, ich beleidige es niemand, zwischen Punk und Black Metal. Und was sie sich aber auf jeden Fall teilen, ist die Wut. Hat nicht unbedingt mit den Texten zu tun, wenn man aber genau hinguckt, sieht man den Texten auch an, dass eine gewisse Art von Wut und Hass drinsteckt. Und dann muss man sagen, könnte ich am liebsten den Tom Araya von Slayer zitieren, der mal zum Titel God Hates Us All gefragt wurde, er als Katholik, und er sagte nur, it's a great fucking title. Und so ist bei den Bildern auch, es muss einfach brutal aussehen, und es hat halt cool ausgesehen, deswegen auch das an den Kopf hinfassen. Ich habe auch ein paar schlechte Kommentare gekriegt von den Leuten, die es gesehen haben. Also von Nicht-Fans natürlich, klar, von Nicht-Black-Metal-Fans. Texte sind auf Deutsch, jetzt weiß ich nicht, wer bei euch die Texte schreibt, bist du das, ja? Ja, es ist sicherlich bewusst so gewählt, ja? Ist das, weil du dich auf Deutsch besser ausdrücken kannst, oder möchtest du, dass das Publikum, also vornehmlich Deutsch wahrscheinlich, das besser auch verstehen kann? Wer mich kennt, weiß, dass mir scheißegal ist, was andere von mir denken. Und ob die mich verstehen oder nicht, ist mir auch relativ wirscht. Außer bei einer Frau, da ist das anders. Also bei meiner Frau. Ja, es ist tatsächlich so. Es war ohne Frage, sage ich nochmal nur ja oder nein. Es ist so, dass ich mich besser in Deutsch ausdrücken kann. Also man kann als German-Native-Speaker schöne Worte auch nur wirklich in Deutsch finden. Dass sie so klingen, wie man es gerne hätte. Das kann man in Englisch probieren, aber das kann ich nicht. Das ist mir nicht möglich. Deswegen Deutsch. Jetzt haben Deutsch und Englisch ja auch eine unterschiedliche Sprachrhythmik, finde ich eigentlich immer, und eine andere Phrasierung auch. Und das ist jetzt keine Frage, das ist mein Lob, ja? Also du kostest das ja richtig aus, muss ich sagen, im Gesang, ja? Und ich glaube, das ist auch das, was man dann, wenn man so YouTube-Kommentare liest zu eurem Album, wo einige Leute drauf steil gehen halt, ja? Weil wenn man das halt mit einem englischen Album vergleicht, merkt man halt, dass in der Gesangsrhythmik und Phrasierung Dinge auftauchen, die im Englischen so meiner Meinung nach eigentlich nicht richtig möglich sind. Ist da schon viel an euch herangetragen worden in die Richtung? Selten. Also wir haben natürlich, du sprichst bestimmt von dem Black-Metal-Promotion-Video, was der Mann da hochgeladen hat, da waren ja viele schöne Kommentare drunter gestanden. Klar haben wir das gelesen. Es wird tatsächlich selten an uns herangetragen. Da fragt man sich natürlich als jemand, der schreibt schon auch, warum er den Quatsch da eigentlich so betreibt. Eigentlich könnte ich die ganze Zeit auch nur Leberwurst schreien, das würde ja eh keiner verstehen. Es gab aber tatsächlich vor Kürzem hat eine Frau das Album gekauft, und die konnte ja auch selber sehr gut schreiben. Also das Lob war was wert. Sie hat es gut gefunden und hat gesagt, oder hat geschrieben, dass sie von den Texten beeindruckt war. Und dadurch, dass sie die Zeihensetzung beherrscht hat, oder die Regeln der Zeihensetzung, war das mir persönlich was wert. Weil ich wusste, okay, die hat die Sprache selber verstanden, und dann ist das Lob was wert. Aber es kommt nicht oft vor. Gehen wir nochmal zurück zur Musik. Also neben der klassischen Instrumentierung, schiebt ihr auch Akustikpassagen mit ein, selbst auch Piano, nicht wahr? Jetzt weiß ich nicht, wer das gespielt hat. Machst du das, ja? Willst du vielleicht mit unseren Hörern ein bisschen was dazu sagen? Das gehört ja im Prinzip auch zu diesem Kontrastreichtum dazu. Können wir das auch live erwarten? Wie sind diese Passagen entstanden? Live können wir es leider nicht erwarten, weil ich eine Verletzung am Finger habe. Ich habe mir die Stricksehne am Zeigefinger gerissen und kann daher heute leider nicht Klavier-Solo spielen. Und ansonsten entstehen diese Einschübe im Proberaum? Oder sind das Dinge, die du privat, sag ich mal, komponierst und denkst, hey, hier, Jungs, das können wir da doch super mit reinschieben? Also längere Klavierpassagen, die komponier ich dann daheim. Es sei nur nicht zu bescheiden. Der letzte Song, das Lied der Nacht, da kam die Grundidee von ihr. Es war ein Pianolauf und wir haben den Rest drumherum gebastelt. Klar, jeder macht seinen Quatsch. Gitarre spielt, Gitarre, Bass spielt, Bass spielt, Schlagzeug spielt, Schlagzeug. Aber die erste Idee kam von ihr. Was sagst du nochmal, der letzte Song ist das, Auf der Scheibe? Wie heißt der? Lied der Nacht, heißt doch Lied der Nacht, oder? Okay, weil ich hatte jetzt bei mir im Kopf, also das kann ich ja nachher rausschreiben, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber das gibt es auch Ohnmacht, das ist ein Song, und dann gibt es auch Erwachen, oder? Ist das nicht der letzte Song? Nee, das ist die Pianopassage, Erwachen. Entschuldigung, Erwachen ist Outro, richtig. Oh Gott, jetzt muss ich alles rausschneiden. Ich kenne eure Scheibe besser als ihr selber. Das ist einfach das... Da hatte ich auch so gedacht, wenn man nur die Songtitel liest, dass das halt auch so als Kontrast ganz gut zusammenpasst. Also Ohnmacht, Ende Seite A. Erwachen ist dann irgendwie das Ende der Scheibe. Also da packst du dir schon ins Auge und zwinkerst. Ja gut, ein aufmerksamer Hörer sitzt hier. Ja gut, also wir haben im Radio leider auch nicht so irre viel Zeit. Ich gucke mal eben hier, ne? Ja, wir müssen ja schon langsam zum Ende kommen. Die Sendung heißt What's Metal? Ja, was ist denn Metal eigentlich? Könnt ihr das irgendwie beschreiben? Was ist Metal für euch? Was ist Metal für uns? Freiheit. Also ein großer Bestandteil von unserem Labor auf jeden Fall. Das ist Metal für uns. Ich neige dazu zu sagen, dass das jeder für sich entscheiden muss. Ich weiß auch nicht, ob man das... Also die Frage ist sehr unspezifisch absichtlich natürlich, klar. Geht es da um Musik? Geht es da um einen Lifestyle? Ist es eine Lebenseinstellung? Sind es die Klamotten, die ich trage? Also gehe ich am Montag zur Arbeit auch in der Kutte? Darf ich das? Darf ich das nicht? Du machst doch so und so, was du willst, oder? Ist doch egal, was andere von dir denken. Ich gehe zur Arbeit, mir ist das egal. Ja, ich würde da keine Diskussion draus machen. Soll jeder für sich entscheiden. Also da bin ich leider moderat. Da kann man nicht mit mir streiten, leider. Schade. Wenn jemand zur Arbeit ein weißes Hemd anziehen muss, aber abends ohne Shirt auf einem Black-Metal-Konzert auf dem Boden tanzt, dann macht er das halt. Alles cool. Deswegen ist er nicht untrue. Das ist genau das, was du sagst. Das ist Freiheit. Gut, alles klar. So, dann haben wir noch Famous Last Words. Habt ihr noch irgendwas für unsere Hörer, was sie wissen müssen? Und vor allem, eins müssen die auf jeden Fall wissen, oder? Wo kriegen die eure Scheibe? Direkt bei uns. Wir haben ein Bandcamp, einen Shop. Und auf Facebook gibt es einen Shop. Live gibt es immer einen Shop. Aber wir sind ja so unglaublich true, dass wir nie live spielen. Also empfehle ich doch tatsächlich den Internethandel. Und sonst sind wir, glaube ich, auf alle Kanäle. Spotify und wie der ganze Quatsch so heißt. Die Weihnachtsfeiere. Wenn das Wasser. Die Weihnachtsfeiere. Bis zum Schluss. Die Weihnachtsfeiere.